Yo, Putzmann hier. Ich möchte euch etwas zeigen, was wir jetzt sauber machen. Ist doch noch etwas ganz kleines, dunkle und helle Orte. Und zwar, ich hoffe man sieht es, der PC ist staubig, total staubig. Ich kann jetzt nicht hingehen und erst den Klatsch nass machen. Was aber geht, wie kann ich einen stinknormalen, trockenen Lappen nehmen? Weil wir natürlich gute Reinigungsleute sind, falten wir den. Oh, das ist zu doof gewesen. So viel Staub. Dann kann man dann ganz einfach, weil es sehr trocken ist, kurzerhand Mülleim entleeren. So spart man auch Wasser. Also dann Freunde, merkt euch das, als ihr mal einen staubigen PC habt, ab und zu mal mit einem folgenden Appen drüber geht. Das dauert keine Minute. Also dann Freunde, haut rein. nochmal einen